Ach, was denn hier? Ach, du hast was vergessen, hahaha Habe ich schon vergessen? Eine Kiste und Geld und Munition Sag mal! Lass mich deine Schreie hören! Oh, ein Schuss gegeben! Nachladung! So geht das! Ich sterbe! Crazy, ich sterbe! Naja, wo bist du hin? Warte noch! Also, du bildet die! Ich habe dich ja gesucht! Aber ich war am Ballern und du am Ballern und andere... Ja... Wir müssen hin! Ach so, jetzt brauchst du deine Pistole rausholen, ne? Echt? Ist das hier denn? Ja, jetzt kommt es ja mit dem Assassinen und du musst ja diesen Typen mit Pistole erledigen! Was ich würde sagen, den tun wir erst... ...runterrasseln, die Energie... Wie viel der einstecken kann? Der Firehawk muss hier irgendwo sein! Sei auf der Hut! Die tun wir erst! Also Jack wird niemand mehr gefürchtet als der Firehawk! Trotzdem, wenn ihn jemand besiegen kann, dann bleibst du! Seltsam! Ich weiß nicht, wie viel der einsteckt! Wichtig, das ist dann das Problem dabei! Das ist doch das Firehawks anzugreifen! Vielleicht haben sie Markierungen für ihre Verstärkung hinterlassen! Die sollten dich zum Firehawk führen! Oder du folgst einfach den Schreien! Halt dich raus Kammerjäger! Das ist ne Sache zwischen den Bloodshots und dem Firehawk! Sobald meine Jungs seinen Arsch hergebracht haben, wird er für jeden getöteten Bloodshot büßen! Wir werden ihn an seinen eigenen Eingeweiden aufhängen! Tja, das war... ein bisschen überdeutlich... Irgendwie Bloodshot-Schildern folgen... Boah! Nachladen! Das ist ein bisschen sinnlos, ne? Oh! 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 Ich soll es nachladen, weil... Oh! Oooooooooooooooooooo! Feuermann! Oh! 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 Ich sterbe! Oh! Achso! Das sagt doch was! So, die kämpfernd dann leben, und dann war ich der Gant, und jetzt bin ich da wieder gestorben! Oh man! Mach's n' du! Ja ich, ey, von überall von der Seite irgendwelche Typen! Ja, mich jetzt weg! Die haben ich jetzt weg, die haben ich jetzt weg! Ne, Ballern geht nicht, wette! Och! Woaah! Jetzt bin ich hier vor dem Ausgang! Ah, was bist du denn? Alter! Oh! Ich bin vor dem Reisepunkt gelandet! Oh, was jetzt? Ja, ich bin vor dem Reisepunkt gelandet! Also muss ich ja erst da hinreisen, sonst bist du alleine! So, jetzt wieder... Ne, jetzt nochmal zurück! In der andere Richtung ging nicht! Das war ja gerade das Ding, ich war genau dazwischen, in so einer... ...dazwischen-Wild! Mhm! Ich hab doch hier aber den Spawnpunkt hab ich doch hier geöffnet! Deswegen, du müsstest doch hier gespawnt sein! Du müsstest doch normalerweise hier gespawnt sein! Wie was ist denn? Ich hab doch hier gespawnt! Nö... ...da nicht! Gerne wer wär weg! zwischen der autos weg ist denn jetzt zwar darunter aber irgendwie wie schon mal mal gucken dass du das klo hier öffnen ich nicht da liest du nicht auf das sind meistens waffen drin und so ein zweck das ist nicht nur das ziel also in ordnung naja gespart irgendwie irgendwie kein gegner recht das ist ungewöhnlich der firehawk hat die bloodshots längere zeit schikaniert aber sie haben nie zuvor einen so umfangreichen angriff auf den firehawk eingeleitet ich frage mich warum sie sich so sicher waren weiter so platz dieses dämonischen gegen wir den tag bereuen an dem es sich mit uns an legte der freundschaft wird an seine rechte zentrale der steckte alter ich auch gerade ich bin halt auf distanz irgendwie was ich das machen kann guck kopp ab ja das sehe ich auch gerade iiiiihihi ja da hängt nur noch da hängt nur noch der schädel irgendwie an einem stück ja gut wir müssen da hin aber wir müssen da hin aber hier ist auch noch mehr guck mal ja hier ist noch mehr hier sind noch mehr hier sind noch mehr Typen aber wir müssen in die richtung das ist halt jetzt aus ja ich weiß es ist ekelig ja ich weiß es ist ekelig ja ich weiß es ist ekelig macht er einfach so hier Spawnpunkt hast du den schon geöffnet ja den hast du schon geöffnet okay wir haben nichts geöffnet ist denn hier oben gibt es nämlich nicht weiter jetzt nur wo ist es hier irgendwas so ein Borderlands Zeichen entdeckt zwei Verstecke muss man finden aha eins haben wir so ein geheimer Scheiß ich bin einfach oben weiter gelaufen und dann ist das aber ganz anders wir müssen noch hier unten weiter dann hüpfe ich hier runter Kuchen Guck ich bin schon da wöch also wer hat jetzt noch umweg n das stimmt wieder so ein sackel sich vor der stelle eine riesen spinne nein er hat mir die kiel nachlaufen jetzt lädt er nach ich hab dich gerade wiederbelebt er lädt er erstmal nach klar warum auch ich bin hinter dir und bin am sterben ja meine ich doch hat er bei mir auch gemacht ach meine fresse gleich ist voll jetzt erledner 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 auch tot 3 4 jetzt verschwinde ach du lebst wieder ich hab ja den letzten schuss verpasst ich bin auch tot wieder ja guck ich werd getroffen und kann trotzdem nicht wiederbelebt die haben mich aber vor uns weggestoßen ach mal diese ausreden wohl wohl ja die fischers sind übel heftig die kunden ich soll immer den dann wenn das dann auch so ein big boss ist wie soll man den damit noch pistole killen oder ja ich hab ja ne pistole die brennt also die hat brandmunition also die munition aber schon trotzdem sagen dass das wird das machen dass das sozusagen der letzte das das ist ja nicht was für ein typ der döl ist ich weiß sogar nicht naja kann man ja jetzt schon mal voraus bleiben dass du deine pistole erst mit dem letzten schuss oder sowas benutzt ja die pistole die ist halt cool die ist effektiv ja lädt wieder nach ja leid wieder nach ja leid oh jetzt hauts mich wieder aufm desktop bis jetzt alter ich hab noch einen schuss gebrochen also keine ahnung bei mir hatte ich grad das komplette spiel geruckelt HALS 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 wir haben normal diesen Kopf also das ist bei denen normal, die sind sie, ne? er hat gar keinen Kopf ja, Kopf ab Alter, ey, die sind ja übel, die Kunden so, irgendwann, ne? brennt grad ein Filter du denkst, der Firehawk hat Roland, was? ich hörte, der Firehawk verflüssigt Banditen und trinkt sie wie Fleischsmoothies aber nein, bestimmt geht es deinem Kumpel Roland gut naja, wenn Roland gar nicht erst so ein Vollidiot gewesen wäre würde er, ups, dann fast hätte ich mein Geheimnis verraten ach, schon wieder nachladen, das gibt's doch nicht hab dich lieb hab dich lieb hab dich lieb oh, ey, hast du auch immer nur 3 Schuss, das nervt ja, ja, das nervt mich auch auch egal, welche Waffe und jetzt graz ich mir dein Gesicht vor den Fingernägeln ja, wir sind unbedingt neue Waffen irgendwie, das nervt mich dieses Schrotflinten-Scheiß hier ja, ihr habt ja keine Schrotflinte, ich hab nen Granatwerfer ach so, ne du oh, was ist denn das? oh, was ist denn das? ahui, was war das jetzt? hinter dir, Junge, schieß mit auf den Typ, sonst kann ich nichts machen Ich kann nichts machen, ich kann, wenn ich jetzt rangeh, bin ich auch im Arsch. Noch ein Schuss. Oh nein, und ich sterbe. Ich hab, ich sag noch einen Schuss und irgendwie noch ein Tod. Ja, da hab ich schon geschossen. Oh, da kommt noch so ein Scheißvieh. Oh, ich weiß nicht mehr nachher. Oh, ich bin nicht am Arsch. Ey, wo du hier landest, Alter, am Arsch der Wild. Du landest bei dem Spawnpunkt von vorhin, ne, also, das ist ein ganzes Stück, also. Ey, was ist denn hier los, warum hängen wir uns immer mit dem Spiel? Boah, ich, uff, was weiß ich. Dann hast du irgendeinen Messenger offen oder so, wo irgendwas gerade passiert und dann zieht Automatisch auf dem Desktop. Ich hab alles eigentlich ausgemacht, soweit. Aber egal, es läuft ja noch. Ja, jetzt bin ich auch an dem Spawnpunkt, ha, ha, ha. Und jetzt bin ich da, wo du warst. Aha. Och, ne, oder? Ach so, gut, okay. In die Richtung. Der haut ja. Macht denn der das? Er drückt mittlere Maustaste. Och, nein! Ich bin gleich da, bin gleich da, bin gleich da, bin gleich da, bin gleich da. Ich hab mich denn da nachladen, das würde ich alles wieder einfacher machen. Ja, la, doch, ganz gewünscht. Warte, 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 warte. Ja, so, okay. Ich lebe noch, Geilo. Ja, weil ich halt aufgerotzt hab hier ganz auf den Typen, alter. das geht mir so auf den sack dieser dieses scheiß ob pistole oder dings drei schuss ich platzt uns keine ade und das war all hallo wo das die hat auch nur 3 Schuss, ich hab überall 3 Schuss, ich mach was ich will was hab ich denn jetzt, ich hab ne Waffe, Alter guck dir mal mir ne Waffe an ist grad schlecht, ich hab nur 3 Schuss, egal was ich nehm, egal was für ne Waffe, also willst du ja jeder von mir haben die hat 3 Schuss, die hat 3 Schuss und die hat 3 Schuss ok, warte mal dann, äh, X vor 1000, warte, ich tausch mal mit dir ach, ich hätt ja eigentlich einfach einer hinwerfen können, ach, bin ich blöd, naja, egal willst du wieder ne Gatling gegangen haben? ne, 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 ist irgendwie doof, hat nur 1 Schuss gehabt häh, nicht Gatling Gun hat 1 Schuss? ich hatte nur 1 Schuss mit der Gatling Gun ne, ich hab doch ne andere Gatling Gun wieder ok, ich hätt ne, ne, ich hätt so ne Spingun, ich hätt ne double loving Pounder, aber die hat auch plus 4 Schuss und dann hätt ich noch hier so ne, äh, äh, Scharfschützengewehr das Needy Horror Show ja, Scharfschützengewehr hab ich 2 Stöcke also, da bin ich bedient warum kann ich das jetzt nicht rüber? gib mir, ja ich muss erst oh, ich gar nicht hä? 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 warum kann ich nicht rüber, das Ding? enter auswählen inventar voll was? ah, hast du das hä? inventar voll hä? warte, ich schmeiße dir hin ich glaub, das geht leichter das heißt, wenn inventar voll ist, geht nicht komisch, hä? obwohl du ja tauschst, ne? doch, bitteschön hinter dir, da liegt sie nur da hinsichtlich was ähm, das heißt erstmal Waffe wegschmeißen aber keine Pistole wegschmeißen hä? hä? haben wir denn hier wie jetzt gegeben? hm, ne Gatling das war der einzigste Bärschusswaffe ja, die Spinning genommen genau ne, da hat er nur 3 Schuss, ne? ne die hat 51 50 50 ah, Spawnpoint yay was sind du da? ja, vorbeilocken die Crimson Raiders sehnen sich nicht gerade nach dieser Welt weißt du was? ich glaube, du verdienst deinen kleinen Tipp mein Geheimnis hat damit zu tun, dass der Widerstand sterben und ich mich kaputt lachen werde da hängt einer da hängt einer ach, Riesenspinne äh, Brandenmoniker ich hab Brandenmoniker, ich hab Brandenmoniker, weil es ist grad wo noch ein Däh ich seh nix ich wurde gespinnt ich seh nix, ich wurde gespinnt wala, kleiner was war ich das war ich das ist ja doch wieder so ne 3 Schusswaffe hä? das ist ja doch wieder ne 3 Schusswaffe ja ja für die kleinen Viecher so, aber wenn da wieder so ein mega Vieh kommt sag ich immer da ist jetzt wieder was anderes öffne deine Schmerzen mit Wehnen für mich ok alter ich bin der im Arsch 2 3 3 4 6 8 11 9 12 11 das ging halt nur ein Zielfernrohr, ach guck mal Boom Ah, jetzt lässt es sich doch gegen die Typen viel besser aus, ich komme mit nur etwas mehr Schüsse gerünen, mehr schüssigere Waffe Ja, mehr wie drei Schuss machen Guck, der hat nicht so einen Kopf Jetzt schon? Ja, ja jetzt Weil du den Kopf abgehauen hast Oh, ich hab ein Problem Ich hing hier fest, Alter, ich häng irgendwo zwischen Tür und Angel Onkel Ja, ich bin doch da, ich bin genau hinter dir, oh nee, ich bin beim Badass Verdammt Ich dachte, du liegst hier Dieser Drecks Badass Und jetzt ging es nach Matsch, oder? Ja Ja So, hab ich dir extra hier müssen gelassen Ich hab dir extra bearbeitet Ey, wo kommen die scheiß Schüsse denn her? Hier rüben Ohne 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 Wir sind hier ohne Ich brauch ein bisschen Geld Ich brauch ein bisschen Geld Hinter dir, hinter dir, hinter dir Hinter dir, hinter dir Ja 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 Genau Das, geht Ja 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 Ich bin